so leute die erste größere guiding tour in diesem jahr und mein freund hier tobias der zeit pb weit weit überschritten mit diesem wunderschönen fisch hier über 20 kilo ein ihres gerät heute nacht gebissen um vier uhr morgens hammer glückwunsch junge geile truppe so macht das spaß und wir knacken gleich den nächsten pb bei bei und jetzt die pb dusche